Auf der Drone Week zeigen wir gemeinschaftlich mit unserem Kooperationspartner Airbus und Italdesign die nächste Entwicklungsstufe des Pop-Up Next. Wir zeigen also eine Live-Demonstration auf der Drone Week, wie das Pop-Up Next Konzept wirklich funktioniert. Der Pop-Up Next kann wirklich fliegen. Er kann aber nicht nur fliegen, sondern er kann auch fahren. Und wir können die Modularität des Konzeptes, sowohl das Flugmodul, die Kabine als auch das Straßenmodul jetzt wirklich mal live zeigen. Der Kern des Konzeptes ist die Modularität. Das Pop-Up Next Konzept besteht ja aus drei Modulen, aus dem Flugmodul, der Kabine und dem Straßenmodul. Alles ist elektrisch betrieben, das Flugmodul als auch das Fahrmodul, und fliegt und fährt auch voll autonom. Das entwickeln wir gemeinschaftlich mit unserem Partner Airbus und aber auch mit unserer Beteiligungsgesellschaft Italdesign Giugiaro in Kooperation. Gerade in Megacities glauben wir, dass wir die urbane Mobilität auch in der Luft sehen werden. Und deswegen arbeiten wir an dieser Technik, weil es eine Zusatztechnologie ist zu dem, was wir bisher bearbeitet haben. Pop-Up Next ist eine gute Antwort für Megacities mit Stausituationen, in denen sich dann die Kunden durch die Luft bewegen. Der Kunde bekommt einen End-to-End Service geliefert. Er wird zu Hause abgeholt von einem Fahrzeug, wird zu einem Heliport gefahren, wo das Pop-Up Flugmodul ihn abholt. Er wird zu seinem nächsten Ort geflogen und von dort wieder von einem Fahrmodul abgeholt und zu seinem finalen Ziel gebracht. Das heißt, ein End-to-End Service, den wir dem Kunden anbieten können in Megacities mit schwierigen Verkehrssituationen. Wir wollen einen vollflugfähigen Prototypen Ende nächsten Jahres haben. Das ist unser Entwicklungsziel. Weiterhin verproben wir dieses Serviceangebot, was wir jetzt schon gemeinschaftlich mit Airbus und mit herkömmlicher Technik anbieten wollen. Und wir kooperieren auch weiter bei der Entwicklung von Batterietechnologie, um auch auf der Seite nämlich des elektrischen Fahrens und elektrischen Fliegens mit den bestmöglichen Batteriekonzepten an den Start zu kommen. Amsterdarm Drone Week ist sehr wichtig für uns. Es ist die erste Mal, dass unser Scaled 1-4-Demonstrator, die Modulärer der Modulärer ist, und wir zeigen das zusammen mit Airbus und Audi. Wir sind sehr stolz, dass wir das an diesem Event zeigen können. Das Demonstrator zeigt, dass das Modulär-Konzept wirklich funktioniert. Wir zeigen eine Funktional-Latching-System, das ist für die richtige Standorte. Die zweite, was wir sehen, ist, dass wir zusammen mit unseren Partnern, Airbus, hier in Turin, aber auch in Otto-Brunn, und wir sehen, dass etwas ist, dass wir diese Konzept-Idea weiterentwickeln und wir bringen diese Konzept-Idea weiterentwickeln, und der nächste Schritt muss ein 1-1-Demonstrator. Wir sehen viele Konzepte in der urban-air-mobility nowadays. Der einzige Konzept, die wirklich Modulärer und besser integriert into Traffic ist Pop-up. Wir wissen, dass Pop-up ist sehr advanced und wir haben viele Herausforderungen, das ist völlig klar. However, wir haben sehr committed Partnern, und wir sind einer von ihnen, dass die Modulärer in UAM möglich ist, und es ist die beste Lösung für den Kunden, denn der Kunden bleibt in dieser Umwelt und macht sicher, dass er wirklich Spaß macht, und er kann in der besten Weise, was er möchte, und wir versuchen, die Zeit zurückkehren zu dem Kunden, wie wir immer gesagt haben, und der Demonstrator zeigt, dass das wirklich funktioniert. At ItalDesign, wir glauben, dass es wichtig, dass es in der Mobilität wichtig ist, und wir arbeiten mit Partnern. Die Kombination zwischen Audi, Airbus und ItalDesign shows, dass all diese Partnern bringen in ihre perfekte Skills, um diese Konzepte zu machen, wirklich zu machen. Airbus ist mit der Flight Technologie, und es hilft uns zu entwickeln, auch die Ground-Site weiterentwickeln. Audi ist in ein vieles der Know-How, und Batterien, Sensoring, und alles, was mit dem Kontakt zu Ardas. ItalDesign ist die Vehikel-Integrator, und das ist unser Skill, das wir wirklich perfektionieren, über die letzten 50 Jahre. So, in diesem Netzwerk-Approach, ich denke, wir können wirklich zeigen, dass die Mobilität in den Zukunft nicht nur von einem Sinkler-Player gemacht werden, sondern von einem Gruppen von Menschen, oder von kommentarischen Unternehmen. Wir sind sehr glücklich, dass wir das hier, heute in Amsterdam zeigen können. Wenn wir wollen, die Mobilität in der Mobilität gestalten, und wir haben das in der Vergangenheit in der Vergangenheit, wie die Panda, oder die Golf, oder andere fantastische Fahrzeuge, müssen wir über 20 Jahre nachdenken. Und wenn wir über 20 Jahre nachdenken, ich denke, wir sprechen über die Mobilität in der Mobilität, die werden ubiquitär und mögliche für die Kunden. So, unser Ziel ist, zu denken mit unseren Boundaries, und zu wirklich kommen mit neuen Lösungen. Und Pop-Up ist vielleicht nicht 20 Jahre weg, aber vielleicht 10 Jahre weg. Aber wir sehen, also, dass es wirklich eine Evolution geht. Und unser Ziel ist, zu teilen die Industrie ein bisschen, und zu zeigen, was ist möglich, und zu bringen dann die richtigen Partner zusammen, um das zu tun zu machen. So, es ist in unseren Genen, und wir sind sehr glücklich, dass wir das mit diesen Partner zusammenarbeiten können. So, wir glauben, dass Urban Air Mobility, und besonders Pop-Up, mit diesem Modular Konzept, ist ein sehr starkes Potenzial-Solution, um die Leben der Menschen in großen und mega-Cities besser zu machen. Und um die Zeit zurück zu ihnen, und um die Qualität der Lebensqualität erhöht. Und wir arbeiten hart für das, um das zu machen zu machen. Und das wird von Ihnen sein, um das zu machen zu machen. Und das wird von Ihnen, um das zu machen zu machen. Und aus, um das zu machen zu machen. Und das wird zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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